Oh Mann, oh Vitamine, ich hab schon wieder verloren. Bro, I think you replaced Vitamin with me. Am I the carrot or what? Oh! Und Freunde, ihr seht es, ich spiele mit meinem besten Freund Vitamine Schach. Äh, Vitamine? Oh, ne Puppe, wie cool, aber ich spiele nicht so gerne mit Puppen, magst du auch? Was ist das denn? Oh, Parfüm und... Boah, das riecht doch richtig gut, Lena. Was ist das für ein Geruch? Rose? Oh, wow, das riecht super gut. Aber hey, hast du eine Idee, was wir heute machen können? Oh nein, das hätte ich mir denken. In den Kleiderlach geht. Oh, ja. Aber was soll das? Moment mal, da waren noch ein bisschen drin in der Umkleide. Aber du kannst hier was richtig cooles aussuchen. Yippie, ja und... Oh, oh. Kann ich mir noch eine Rote befreien? Oh, Moment mal. Hast du Diamanten? Du hast zum Glück Diamanten. Sehr, sehr cool. Wow, das ist echt cool. Aber hey, guck mal, was ich kann, Lena. Warte mal, ich kann hier nach ganz oben klettern und Moment mal. Wow, wie cool. Hey, Lena. Ey, was soll das? Nicht mich runter schubst. Oh, Mann. Moment mal, Plupsi. Jetzt bin ich runtergefallen. Es ist jetzt schon dunkel geworden. Willst du vielleicht noch mit mir ein bisschen nach Hause? Und Yippie. Sehr, sehr gut. Schreib doch mal gerne unten in die Kommentare. Hast du auch eine Freundin oder einen Freund? Das würde mich mal super, super doll interessieren. Und jetzt würde ich sagen... Du gehst in die Mitte und mal schauen, was läuft. Und was hältst du davon? Äh, nee, nicht gucken. Äh, davon? Yippie, das ist ein cooler Film, Freunde. Oh, yeah. Und wir beide machen uns jetzt ein bisschen wirklich zusammen und gucken den Film. Oh, yeah. Hey, Lena. Was ist denn? Alles gut bei dir? Okay, gut. Dann gucken wir den Film weiter. Hey, Lena. Was ist denn jetzt? Moment mal. Was ist denn mit dir los? Äh, hast du vielleicht ein bisschen Hunger? Und hey, wie? Wieso hast du mein Fernsehen kaputt gemacht? Willst du kein Fernsehen mal gucken? Die 4 Bits, 32 Bits, 16 Bits, 8 Bits, 4 Bits, 2 Bits, 1 Bits. Lena. Hey, Moment mal. Nein, nein, nein. Das können wir doch nicht machen. Wieso hast du mich ge... Ich bin doch nicht dein Freund, Lena. Vitamin ist dein Freund. Das macht man nicht. Und nein, und nein. Wie solltest du das gemacht, Lena? Mitch? Oh, Moment mal. Was ist denn mit dir? Nein, hey, vitamin 9, nein, nein. Stop, nein. Hey, vitamin 9, stop. Nein, hey, vitamin 9, stop. I'ma put her in a dungeon under, under. No, don't bitch, you say it in a diner hunger. What the fuck I mean? Who the fuck is this? And yeah, maybe there's a touch of turrets. Get my wigs. Turrets, door and get my barats. Ha! Lass mich erklären, oh nein. Bitte, Vitamine. Ich hab ganz genau gesehen, dass du Lena geküsst hast. Das hab ich gesehen. Komm her. Nein, nein, nein. Es war nicht so, wie ich's ausgesehen hat, Vitamine. Wirklich nicht. So, und dann erklär mir das. Oh, ich hab nicht Lena geküsst. Die hat mich geküsst. Hey, natürlich. Und morgen kommt der Weihnachtsmann. Hey. Nein, du hast dich nicht. Ich bin dir nicht an, du hast nicht genauer. Ich wollte das, du. Nicht. Und komm her. Take your medication, Roman. Take a short vacation, Roman. You'll be okay. You need to know your station, Roman. Some alterations on your clothes and your brain. Take a little break. Hey. Lena, unser Plan ist aufgegangen, Lena. Hä? Moment mal. Hey, wieso lacht ihr beide? Haha. Weil unser Plan aufgegangen ist. Aber mega lustig. Stimmt's, Lena? Ja, genau, das war mega witzig. Äh, Moment mal. Was für ein Plan? Na gut, ich bin mir später schwul, oder Lena? Genau. Oh, das ist ja froh, ich war's verheilig dir, Mia. Wir verheiligst du gar nicht, aber du bist aber nur auf unser Vorhang gefallen. Wie war's für ein Troll? Hm. Denkst du wirklich, Lena, würde ich wirklich tun? Ich hab dir nur gesagt, küsst ihn mal, damit ich dich dann so verfreuen kann und du dir die Würde gemacht. Oh, meiner, ey. Ich hab mich aber richtig erschrocken, ich wollte das gar nicht. Oh, meine, Lena, würde ich einfach rausgelegen, wie sieht. Oh, ja, von mir, da du es. Oh, ja, das hast du recht. Aber dann würde ich sagen.